Musik Es ist einfach ein so tolles Programm und so herzlich. Es ist enorm, wie es gewachsen ist und man merkt, wie es angenommen wird und wie die Leute begeistert sind und sich dafür interessieren. Und ich finde es etwas ganz Tolles, dass es das in der Form hier in Zürich gibt. Musik Es ist dann immer schon sehr schwierig so Sachen zu beurteilen und zu sagen, okay, das ist jetzt der beste Film. Musik Wir zeigen uns ein bisschen an der Welt, an unserer Kultur und unserer Historie. Musik 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 www.shakespeer.de Also, wenn es nicht für die Schweiz gewesen wäre, dann wäre es kein Hugh Jackman. Also, danke. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ich bin ein sehr glücklicher Typ. Jetzt da reinrennen. Bis gleich!